Hallo und herzlich willkommen in der Kupplungsmontage der Firma Stauf. Mein Name ist Svenja Köch und ich bin am Standort Deutschland die Produktmanagerin für hydraulische Schnellverschlusskupplung. Kupplungen sind bei Stauf ein fester Bestandteil im Portfolio und ich freue mich Ihnen heute eine besondere Kupplungsserie vorstellen zu dürfen, die FG-Serie. Bei diesem Typ Kupplung handelt es sich um eine flachdichte Schraubkupplung. Durch das flache Ventildesign entsteht bei dem Prozess des Ein- und Auskoppelns lediglich ein Ölfilm auf den stirnseitigen Flächen, der selbstverständlich keine Tropfenbildung verursacht. Der Vorteil einer geschraubten Verbindung von Muffe und Stecker liegt in der besseren Kraftverteilung über das Gewinde. So kann es beim Einsatz von Steckkupplungen mit einem Kugelverrastsystem zum sogenannten Brinelling kommen. Beim Betrieb mit hohen Drücken und besonders beim Einsatz unter hohen Impulsfrequenzen können sich die Rastkugeln in die Oberfläche des Steckers einarbeiten und dort zu irreparablen Schäden führen. Im schlimmsten Fall lassen sich anschließend die Kupplungshälften nicht mehr trennen und müssen ausgetauscht werden. Aus diesem Grund ist die Stauf-FG-Serie mit ihrer zu schraubenden Verbindung bestens geeignet für Einsätze unter härtesten Bedingungen. Sicherheit und Zuverlässigkeit steht bei Stauf immer an oberster Stelle. Deswegen hat die FG-Serie einen optischen Indikator, mit dessen Hilfe man auf Anhieb erkennt, ob die Kupplung vollständig verschraubt ist. Erst wenn der türkise Ring von der Schraubhülse verdeckt wird, sind Muffe und Stecker optimal verbunden. Außerdem schützt er das Gewinde vor eindringendem Staub und Schmutz im verbundenen Zustand. Besten Schutz vor Korrosion bei Einsatz unter rauen Umwelteinflüssen und gleichzeitig einem ansprechenden Erscheinungsbild bietet die standardmäßig eingesetzte Stauf-Zink-Nickel-Oberfläche. Ihre Beständigkeit gegen Rotrost ist zweimal so hoch wie bei anderen auf dem Markt gängigen Oberflächenbeschichtungen. Auch das Innenleben dieser Kupplungsserie ist für härteste Bedingungen entwickelt worden. Mit der Möglichkeit, beidseitig unter Druck kuppeln zu können, hat Stauf auf die steigenden Anforderungen des Marktes reagiert. Um beim Einsatz von Kupplungen der gleichen Nennweite eine Verwechslung auszuschließen, sind Hersteller von hydraulischen Geräten und Anlagen dazu übergegangen, Muffen und Stecker über Kreuz zu verbauen. Dieser Aufbau führt dazu, dass vermehrt Muffen an hydraulischen Anbaugeräten eingesetzt werden und diese bekannterweise durch äußere Einflüsse wie Sonneneinstrahlung unter Druck stehen können, bevor sie eingekuppelt werden. Durch die Möglichkeit, farbliche Markierungsringe anzubringen, wird diese Gefahr weiter auf ein Minimum reduziert. Hierfür wurden eigens in außenliegende Einzelteile Nuten eingebracht, in denen die bei Stauf erhältlichen Markierungsringe montiert werden können. Sollen unter Druck die Kupplungshälften verbunden werden, benötigt es einen speziellen doppelten Ventilaufbau im Stecker. Die Konstrukteure von Stauf haben hierzu ein besonders zuverlässiges Ventil entwickelt, welches nach der Montage separat mit Druckluft geprüft wird. Anschließend erfolgt die Endmontage, eine Kuppelprüfung und eine weitere Druckluftprüfung, um die restlichen Dichtstellen der Kupplung zu testen. Nur wenn alle Prüfungen bestanden werden, wird die Kupplung mit ihrer Bezeichnung signiert und für den Verkauf fachmännisch verpackt. Auch im Inneren der Muffe sind konstruktive Besonderheiten zu finden, die die Stauf-FG-Serie zu einer extrem robusten Kupplung machen. Ein speziell geformter Ring, der im gekuppelten Zustand den Ventilhub der Kupplung begrenzt und so die Bewegung des Ventils minimiert, verhindert das Schwingen des Ventils bei hohen Impulsen. Zusätzlich optimiert das Design des Rings den Mediendurchfluss, sodass der Druckverlust im Inneren der Kupplung bei den gängigen Nennweiten besser ist als bei Produkten von anderen Herstellern, die mit der FG-Serie kompatibel sind. Ein weiteres Feature, welches den Einsatz bei hohen Volumenströmen ermöglicht, ist die gekammerte Dichtung am Ventilstösel in der Muffe. Eine hohe Strömungsgeschwindigkeit, wie sie häufig in der Praxis auftreten, belastet freiliegende Dichtungen erheblich. Schon nach kurzer Anwendung können die Dichtungen wie abgenagt aussehen oder werden gänzlich aus ihren Nuten ausgespült. Deswegen wurde bei der FG-Serie an dieser Stelle ein Spezialwerkstoff gewählt. Dieser besitzt optimale Dichtungseigenschaften, aber gleichzeitig die nötige Festigkeit, um den hohen Strömungsgeschwindigkeiten standzuhalten. Der zusätzliche Einsatz eines Druckstückes, welches aufgepresst und verformt wird, stellt sicher, dass die Dichtung auch an ihrem Platz bleibt. Was spricht also für die Verwendung der Stauf-FG-Serie? Das Design ermöglicht eine dauerhafte, saubere und sichere Verbindung. Die Stauf-Zink-Nickel-Oberfläche steht für Langlebigkeit und Beständigkeit. Durch das beidseitig unter Druck kuppelbare Design wird maximale Flexibilität gewährleistet. Farbmarkierungsringe minimieren eine mögliche Verwechslungsgefahr. Stauf-Fertigungs- und Montageprozesse gewährleisten eine hundertprozentige Funktionsfähigkeit. Durchflussoptimierte Geometrien ermöglichen beste Performance Ihrer Maschine. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit mir die Stauf-FG-Serie kennenzulernen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die stauf.com.fg.